First geht übrigens nicht von seinem Platz weg Ich packe das für mich Genau das meinte ich mit Ein Pfeil, der Hälfte des Lebens weg Es gibt aber noch riesere Draugen Fürsten Ahja Schrift rein, was habe ich denn da? Geisternauntwürden, Harmonie, Hysterie Feuer, Sturm Was ruft denn immer von Schnee Sturm Bitteschön Geisternauntwürden Jetzt bin ich selbst rein geraten Mann ey Das gibt's doch nicht Zaubertragung der Gesundheit Illusion Berserkers Gegengift Gifteentzündung Außer Maika Exitalt, Maki, Resistenz Stärke, Tonung, Veränderung Was ist denn sonst Lecker 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 Ähm Habe ich noch irgendwas für Maika Ne 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 Ah Und ich will meinen Flyerbein Geisternauntwürden Oh Mann Geisternauntwürden Wirklich Ehm Ahja ZACK UEM PUF Geisternauntwürden Geisternauntwürden Bitteschön Geisternauntwürden Oh ja Ah Ich hab doch ne Idee Ich hab doch eine mächtige Waffe im Anschlag Wie könnte ich das denn vergessen Wenn nicht vielleicht sogar die mächtigste Waffe Wo ist denn Hier Da! Deh da first! Da hinten ist dein Ziel! Was wärst du denn für ein schlechter First, ey? Was ist kein Problem? Oh Mann! Wow! Schwächling! Alter, der macht ihn mit einem Schlag fertig, oder was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum ist der denn jetzt vorgekommen? Ach, der auch sonst auch nicht. Komm schon, töte ihn! Yeah! Im Nahkampf hat er nämlich keine Chance. Hier hast du noch einen! Ich werde es wenden! Oh Mann! Dankeschön! Und von wem kein ernstzunehmender Gegner hätte ich ganz hinzugesetzt! Idioten! Deswegen hat er nämlich so viel Scheiß Schaden gemacht! Der hat nämlich einen Scheiß-Eben-Erzbogen und einen Scheiß-Eben-Erzpfeil! Also mehrere Eben-Erzpfeile! Weil ich mich mein Eben-Erzbogen hier mal wegschmeißen! Krass! Und den neuen Eben-Erzbogen! Der ist nämlich viel besser! Nehmen! So! Und jetzt! Wo der Kollege tot ist! Wie gab's da auch was? Dann vielleicht... ...nicht verbessern! Okay! Den haben wir schon mal besiegt! Das ist schon mal gut! Speichern! Nicht vergessen! Und eigentlich habe ich nur für den Feuerballzauber so viel Magiker! So viel auf Magiker gepusht! Weil der echt viel frisst! Ich meine... Schaut euch mal meine Magiker an! Der macht hier jetzt fast zur Hälfte runter! Und das ist echt krass! So! Dann gehe ich mal zur anderen Seite! Da müsst ihr nämlich auch noch einen Strong First auf mich warten! So! Kann ich gleich mal meinen Eben-Erzbogen ausprobieren! Komm doch! Draugenwicht! Was ist das da hinten? Ist das ein Gegner? Komm doch! Komm doch! Steck dich doch nicht! Du ruheloser Draug! Hier keine Chance! Noch mehr Kollegen, die Stress wollen! Ah ja! Anscheinend! Jetzt komm! Hallo! 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 Was macht er denn? Was macht er denn? Da unten ist er! Komm jetzt! Ich warte! Ich hab mein Fall schon im Anschlag! Mensch! Was macht er denn, der Idiot? Ich hab keine Lust mehr zu warten! Ich hab keine Lust mehr zu warten! Jetzt ist Schluss mit Warten! Denn das ist Sparta! Sparta! Wo ist er denn? Sparta! Da oben! Oh oh! Ja! Ich hab einen...fucking... Eisgiganten! Okay! Du beschwörst einen! Ich beschwör einen! Das ist kein Problem! Los! Du schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es! Gold... Stahlpfeilen Okay Hm Okay Alter Nordhelm Ich finde es wert 29? Moment Alter Nordhelm Also 29 und mein jetziges hat Okay, der hat er Dann kann ich den alten Nordhelm wieder weg tun Obwohl der sieht cool aus, ich behalte ihn Ich bin direkt hinter euch Was soll ich nehmen? Wie viel hat eigentlich deinen Helm hier? Der Zwergenhelm Zwergenhelm Oh ne, der hat ja auch schon Die hat nur den Zwergenhelden Die hat nur den Zwergenhelden Ihr geht vor, ich folge Okay Okay Verweilen Zwergenhelmhelm Was du denn hier? German Zeremonienschwert Zeremonienschwert brauche ich auch für die Quest Gut Oh Die ganzen Toppen draugen Na gut, jetzt kannst du auf jeden Fall wieder zurückgehen Ilia Immer Immer muss man auf Frauen warten Schlimm ist das Er sollte jetzt auf jeden Fall erstmal zu Astrid geben Dir Bescheid sagen Moment Das war falsch Ähm So geht's hier doch mal aus Da Genau Geht's aus Manche glauben, dass Würfel über die Arctusen herfallen, wenn die Nacht über Himmelsrand hereinbricht Ja Und was an diesem Gerücht dran ist Und was Astrid von unserer Botschaft hält Das Und äh Wie wir Ilia das nächste Mal bekleiden werden Und viel mehr Erfahrt ihr, wenn es wieder heißt Let's play Die Elder Scrolls 5 Skyrim Bis zum nächsten Mal Tschüss